Hallo und herzlich Willkommen hier bei NotAus55TV. Und was machen wir wohl heute? Wir spielen ein AIO, weil uns sonst nix einfällt und weil wir so lappend sind. Zusammen mal wieder mit dem Fabian. Nein. Ehrlich. Und dem Noah, der bei Fabian ist und deswegen gute Qualität diesmal hat. Wahnsinn. Das hört sich an, als ob er zwei Mikros hat. Soll ich das jetzt als Schleidigung nehmen? Nein, natürlich nicht. Okay, Sam ist doch so neuer, ist auch viel näher geiler Mikro dran, weil er Oma hat und das Mikro essen will. Genau. Ja, ich hab schon Level 2 gereacht. Next Skin Level 5, keine Ahnung. Wir spielen Agaio eingeloggt, Party und da und... Wir sind auf einer Party, deswegen... Los geht's. Wo bist du? Auf einer Party. Weiß ich nicht. Ich bin Lida. Und da ist... Ich bin Blau. Kanal. Was? Kanal heiße ich. Kanal. Du bist nicht richtig. Hey, wie du heißt Kanal? Versteh ich nicht. Ja, ich bin tot. Ah! Nein! Ich auch. Ah! Started blank. So ganz lange so... Ah! 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 Ich geh schon wieder weg? Ich geh das Internet hier! Ich! Wo bist du? Ich fahre jetzt Richtung oben Ecke Ich fahre gegen gar nichts Ja, lass uns mal oben rechts in der Ecke treffen, okay? Ich fahre jetzt auch nach oben Rechts, ich fahre nach links Okay, komm nach rechts Oh, shit, ich hatte hier gerade irgendwie Wow, die wollen mich alle haschen Nein Nein Ich muss mich hier durchboxen, alles nur deinem Wegen Scheiße Richtig, ja, Rosescheiße, ja Alter, ich komme jetzt nach oben rechts, ne? Oh, warte mal, das ist Minenfeld, muss ich ganz kurz Nice, Alter, hat aber jemand Futter gekriegt gerade Ja, ich, ich habe Hunger auch so Oh, 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 oh Der Penner Ich wusste, dass das kommt Ich muss nochmal fahren Moment, ich muss mich hier durchmuggeln Was, was, was Noch mal Komm Putin Ich habe das wohl gerade gesehen Oh, 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 oh Das war echt, das war ein nice Shot Wer ich? Nö, bei mir Oh Steht einer Ja, ich sehe wieder einer stehen Oh Mann, ich versuche hier gerade Leute zu haschen Seid mal, seid ihr immer noch oben? Ja, du wurdest gerade weggeschossen, ne? In Level 4 Krass Nein Nein Ich darf mich mal mit uns gehen Nein, nein, nein Diesmal nicht yan, diesmal nicht Was machst du da? Erstmal auf Google teilen Nein Was Achso Ah Mann Congratulation ich habe, keine Ahnung siento, Level erreicht Level 3 Endlich So stacking Weiter playing Ich bin jetzt ganz oben in der Ecke übrigens. Also für Leute, die es gerade interessiert. Ich zum Beispiel nicht. Na, 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 na. Na, irgendwas mit Anita. Anita, ich fick dich. Cool. Das war jetzt echt vorauszusehen. Moment. Wenn wir schnell die Verbindung wieder herstellen hier. Hä? Die Verbindung fehlgeschlagen. Jetzt hat es unser Team Spick den Geist aufgegeben. Toll. Also echt, das glänzt von professionellem. Kriminalität. Wie habe ich denn die Verbindung? Bitte jetzt. Kinder, da hilft nur eins. Wir müssen Skype starten und zwar während dieses Spiels. Startet. Oh, startet. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Danke, Spy. Oh, perfekt. Okay, Leute. Das wird jetzt spannend. So. Fäbsten am Dödel wurde angerufen. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Ich wette, der ist nicht online, weil er sich bei Skype während der Aufnahme eigentlich immer standardmäßig ausschaltet. Das ist eigentlich auch ganz vernünftig. Server in dem Punkt ist das gerade kacke. Oh, wir waren leicht groß. Okay, jetzt muss ich auch noch hier ans Telefon, um ihm Bescheid zu sagen, dass der Server irgendwie down ist oder so. Ich könnte jetzt auch eigentlich auch noch mit Putti währenddessen noch ein bisschen rumkacken, aber natürlich Standard. Hey, Fäbsten, du, äh, Skype, okay? Weil irgendwie ist die Verbindung abgebrochen. Hoffentlich hat, wahrscheinlich ist bei mir zu Hause Stromausfall oder so. Und, äh, keine Ahnung oder so. Keine Ahnung. Komm auf jeden Fall auf Skype, ich rufe dich schon an. Dann können wir weiter quatschen und ich kümmere mich. Die gewünschte Person wird zur Zeit nicht erreicht. Und ich kümmere mich dann später, äh, gleich. Also, los jetzt. Das ist natürlich kacke. Jetzt muss ich hier den Alone Entertainer machen, wie bei Slender. So. Also, wir gehen entspannt auf die Punkte zu. Wir sammeln hier einfach jeden ein. Ah, mit dir knacken können. Es geht halt, äh, ich schleunig's und ich, äh, zieh mal hier so ein bisschen, ähm, Party. So, nochmal anrufen. Gucken, wie das jetzt so steht. Ach, er wird mich wahrscheinlich in der Ecke drin werden, Levi. 200 Meter Spast. Nur nicht, ähm, viele Blasen. Oh, Kinder. Kinder, bitte nein, bitte nein, bitte nein. Jo, wenigstens, ähm, Level 4, würde ich sagen. Thomas, Skype jetzt hier. So. Ja. Meine Fresse, was war denn da los? Bist du bei dir auch weg? Hallo? Ja? Ist er bei euch auch weg? Lass, du bist schon ein bisschen lauter. Ja? Entschuldigung, ich hab den falschen ausgewählt. So, jetzt. Jetzt, jetzt läuft er. Der NTS ist nicht down. Was? Wie? Halt, hier muss ich unterbrechen. Sorry, Leute. Und zwar ist in der weiteren Aufnahme seit Skype, äh, seit dem Skype-Anruf ist mein Mikrofon übersteuert, die Aufnahme von meinem Mikrofon. Ich hoffe, ihr könnt euch das weiterhin noch reinziehen und jetzt noch viel Spaß. Entschuldigung, ich werde mich darum kümmern, dass es das nächste Mal nicht so funktioniert. Ja, wir sind immer noch drauf. Warum bin ich da nicht mehr drauf, 050TV? Versuche zu verbinden. Hä? Ach, ich hab wieder diesen Teamspeak-Bug, dass es bei mir dann nicht so richtig funktioniert. Channel Switch. Egal. Wir machen weiter. Wir lassen Skype mal im Hintergrund. Wir lassen Skype... Ja, ich hab mich gerade übrigens selber... Lasse müsste in den Top, Top riesen. Ja, ich war in den Top, meinst du? Ja, es kann eigentlich, wenn du zu laut drehst. Ja, ich rede aber nicht zu laut, weil ihr sagt ja immer, ich rede zu leise, also rede ich jetzt mal nochmal. Ja, Noah, schraub dir mal meinen Drehkant rum, ey. Immer. Ries mal. Ja, ich hab noch einmal dran gedreht, Dauerhaft. Können wir jetzt nicht, ich würde doch machen, bitte. Ja, Noah ist so ein Dauertisch. Ich hab einmal dran gedreht. Ja, ist doch egal. Leute, ich bin immer noch in der Aufnahme. Juhu, es geht endlich weiter hier. Der TS war tatsächlich nicht down, sondern irgendwie meine Verbindung und keine Ahnung. Na, chatten wieder, ne? Also. Ja, jetzt ist alles wieder da, irgendwie. Und ich hör irgendwie mich trotzdem immer noch doppelt. Also, was ist da los? Ja, kann... Doch, kann man ändern. Sag bloß nichts. Ja, warte. Ich warte schon seit einer Ewigkeit. Impositioniert. Ich merk schon. Sowohl zum Thema, das Mikrofon nimmt mich nach hinten auf. Nein. Ja, toll, wir geben ihn jetzt weg. Fett, Lars. Alter, warum geben die mir gerade voll Food, Alter? Hey, wir geben die alle voll Food, Alter. Das ist voll cool. Besser. Viel besser. Warum wie eine Wespe? Fliege. Eine Fliege. Warum in die Fliege, Wespe? Oh Gott. Ich bin schon wieder weg. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no. Oh no, oh no. Alter. Alles klar, jetzt geht Windows wieder an den Start. Ich muss mich... Alter, wieso sind die Fetten immer da, wo damit... Schau mir da. Ja, ist auch so, ne? Die Fetten sind schon Fett, so soll sie in Ruhe lassen. Lass sie doch einfach in Ruhe. Das ist wirklich süß. Alter, Windows, gehen die am Sack. Panda? Panda ist weg. Oh, der ist ein bisschen fett. Was? Hallo? Du musst dich nicht angesprochen fühlen. Wo bist denn du? Äh, tot. Jetzt bin ich wieder da. Ich fliege jetzt mal in die obere rechte Ecke wieder. Alter, ey, wie? Das sind aber die ganz großen fetten Dinger. Die Fetten, die fick ich weg. Ich bin Bomber. Bomber, nicht Bomber. Bomber? Bomber. Hä? Ich habe Bomber gesehen. Wo sind denn hier die Fetten? Ich sehe gar nichts. Was so das Vollbildmodus gerade will. Auf deine Brille. Hä, das ist schon eine Brille. Nee, 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 nee. Nee, witzig, Mann. Ich schmeiß mich weg. Oh. Oh. Ja, hier oben ist ein bisschen Verkehr, würde ich sagen. Panda, schon wieder. Hä, ich habe schon wieder Panda gesnackt. Nice. Ist es etwa die Panda? Nein? Schon wieder Panda! Da oben in der Ecke! Das ist bohrend! Oh, hier oben ist das Ende vom... Oben reicht's in der Ecke. Da komm ich nicht hin. Ich auch nicht. Von Viechern will ich fast. Zum Beispiel so ne Fliege wie... Anfliegen wie die... Mama! Ich bin tot. Der lass links nehmen. Jetzt bin ich rot. Ich bin rot. Ich bin ne Fliege. Schön, dass du ne Fliege bist. Ist echt erotisch. Nee! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Ich hab Jumbo getroffen. Ich nehm aber auch nie hier diese Teilungskünste in Anspruch. Nehmt einer von euch die Teilungskünste in Anspruch? Ja, nimm dich rein. Ich merk's. Weil ich ne Fliege bin. Vielleicht hätte ich ausstellen, sodass man im Haus sieht. Naja, egal. Ist hier unten eigentlich Ende? Ja, tatsächlich. Ich befinde mich schon wieder am unteren Rand. Das Niveau ist sogar noch unter der World Border. Hm. Jumbo ist tot. Oh, wie schade. Da ist Panda. Alter, was ist denn hier los? Hier unten in der... Immer in den Ecken, Alter. Spy! Schon wieder! Wann füttern die immer? Die sind geboren um zu füttern, ey. Ey, die fliegen alle bei mir gerade rein. Spy, oder was? Kratz. 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 Oh, das war aber echt das... Das war aber... Oh, Tube! Ah, ich seh gerade Dudu. Panda! Hey, ich hab schon wieder Panda gefressen. Die kommt immer auf mich zu und dann immer so... Internet... Nein, überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Nein, Internet... Ja, ich seh Panda gerade. Oh, Plastic! Irgendwas hängt hier auch. Also mein Internet ist gerade... Ey, die fliegen gerade alle bei mir rein, ey. Es ist mega nice. Mega nice. Wer mitgefüttert hat. Wo bist du denn? Wie heißt du überhaupt? 0815 TV. Ja, er nennt sich erstmal wahrscheinlich. Wer verbindet? Ach! Ach! Ne! Hallo! Guck mal, wen haben wir denn denn hier? Jetzt wurdest gerade aufgefressen, ne? Ein Teil von mir. Hallo, die rote Knutschkugel ist hinter dir. Oh! Oh! Fabian! Das frisst du erstmal auf. Was war das? Essen! Oh! Essen! Oh! Fuck! Scheiße! Willst du dich noch teilen? Jetzt hast du erstmal geteilt. So! Ich folge gerade Team-Bro! Ich merke das schon. Nein! 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 Naldaldaldaldaldaldaldaldaldaldald aahahahahahaha Ah! Was ist jetzt drin da? Der ist ah lass! Wo bist du? Ich habe ich noch nicht gesehen. Ich war da gerade auch so. Hier unten sind ja die ganz bösen. Jungs. Ach da! Nein! Ahhhh! Die ganz bösen, er fliegt von mir direkt rein. Nein, die ganz bösen! Ja, ich habe mich weggedreht, Alter! Oh Dsumbo, du kleiner Wechse! Entschuldigung, ich liebe dich. Ich sammle mal die ganze Werbung hier ein, ne? Werbung? Ach ja, eigentlich bin ich ja Werbung, aber... Jumbo-Fan! Du bist Werbung für so eine Tiere! Jumbo und Jumbo-Fan! Du bist Werbung für Tiernahrung, aber sonst nicht mehr! Tinder! Oh! Shit, da war die Word-Boarder! Oh, guck mal, die mal ein bisschen hier! Auf dem iPad und auf Android! Das ist noch wunderschön! Es ist Lars! Ja, pscht! Hab ich wohl gesehen? Hab ich wohl gesehen, Kleiner! Hallo! Kann man sich teilen? Womit ging ich jetzt nochmal Leertaste? Ja! Geht nicht! Stopp! Wir sind größer ab 50! Ich weiß! Ich hab die, ich hab die... Ach komm, Jumbo! Hier steht einer! Oh! Jumbo ist eigentlich echt klein! Ach! Du auch? Du hast nur ein Teil von... Opfer! Opfers! Alle in mich rein! Opfers! Jaaaa! Ja! Uh! Werbung! 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 Arroh! 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 Geht nicht! Fuck, wir sind genau gleich groß! Aber wenn ich weitermache... Schön, dass sie hinter mir hängt! Weil ich krieg nämlich dann die Punkte! Ich bin leicht größer! Hat sie auch gemerkt! Shit! Oder er! Wer ist Hatze? Hatze? Das ist so ein Typ, den ich letztens gefunden habe! Berührung! Agar-Bots? Kann es sein, dass die irgendwie so eine Mannschaft sind? Ja! Ist so ein Clan! So ein... 180er TS! So... Agar 180er TS! Genau! Ein 180er TS! Wo bist denn du? In der Ecke! Da auf jeden Fall nicht! Glaub ich noch! Wo bist du? Also da wurde gerade im Umkreis von 20 Kilometern alles dezimiert... Dezimiert 20 Kilometern... Das. Wieso? Wo bist denn du? Ich häng grad irgendwie ganz links und geh von links unten nach rechts oben. Gerade wieder. Ah! Ah! Nein! Der Falsche an Fabian, ey. Oh shit, 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 shit. Jetzt nicht nach oben. Oh gute, gute Wahl, gute Wahl, gute Wahl. Gute Wahl, da oben ist ein lecker bisschen. Fett gefüttert! Moifit! Daifi, ja. Wahrscheinlich. Salut! Oh! Oh, da oben ist ne fette Klutschkugel. Also Lars, ich muss ja sagen, Jumbo ist gerade neben uns. Ach! Neben dir auch? Hallo! Komm, Jumbo. Jumbo-YouTube-Fan? Wer ist das? Hier oben fliegt einer rum mit Jumbo-YouTube-Fan. Keine Ahnung, findest du schon mal ein YouTuber? Ja, wie gleich. Hey, Contana. Wieso sagst du immer Contana? Die heißt Cortana. Die... Die hat jetzt nein gewinkt. Ja! Dann wurde er aufgefressen. Dann wurde ich aufgefressen. Was? Ja, wenn du das mitten in der Aufnahme machst, bist du ein bisschen dumm, oder? Nein. Alles klar. Wir hängen zwar direkt vorm Mikrofon, aber schön. Ich bin nicht vorm Mikrofon. Ja, aber irgendwie kann ich dich doch hören. Also muss Cortana das wohl auch können. Ich will das jetzt nicht ausprobieren. Du musst mal schreien. Ja. Nein. Dann übersteuerst du zwar, aber juckt ja keiner. Ja, das juckt doch Cortana auch nicht. Ne? Contana. Mit einem scharfen N in der Mitte. Contana. Contana-Amo. Alter, ich hab grad echt einen guten Run. Ja. Ich merk nur, dass ich gleich ein Problem haben werde. Oh, fuck. Ich bin in der Mitte von solchen ganz vielen Asch. Asch. Ja, da war ich auch. Und da oben ist die Welt-Border. Ich muss hier wieder raus. Ansonsten hab ich gleich ein Problem. Echt. Ne, ich hab grad ein anderes Problem. Gegen AFK. Gegen AFK hast du ein Problem. Ja, da gab's doch grad wirklich einer, der ist AFK. Er ist zufällig auf dem Treppenplatz in der Raum. Nein! Ich zieh runter, ich zieh runter, ich zieh runter, ich zieh runter. Ah, Moon, wer du scheißt? In meine Richtung. Dann scheiß ich in deine Mundsch... Ne, mach ich nicht. Leber ich. Die Ruhe kehrt ein. Welche Uhr? Welche Uhr hab ich nicht gesagt? Ich hab gesagt, welche Ruhe. Alter. Alter, was ist das denn hier? AgarBots.net? Was ist das? Und vor allen Dingen wer? Und warum geben die... Erstmal googeln. Ich schreibe. Ich schreibe. Nein! You unlocked a veteran skin. Okay, okay. Alles klar. AgarBots.net ist das gleiche, nur anders. Hä? Hä? Nein, da kannst du diesen Bot kaufen. Da kannst du... Die kaufen sich Bots. Die kaufen sich Bots. Die kaufen sich Bots, die dir dann fäden. Was? Die... Die... Ja, ohne Scheiß. AgarBots.net ist ne Seite, da kannst du dir für... 89 Cent kannst du ein Bot holen, wo 20 Bots drin sind. Die fahren dann für dich hier die ganze Zeit durch die Gegend. Ja. Die fahren für dich. Die fahren dann immer schön in... Die fahren dann immer schön in dich rein, damit du schön gef***et wirst. Hä? Nein, du hast das nicht gemeint, oder? Die machen ja auch was, die Bots. Aber so kriegst du Geld und levelst schneller. Nein! Aber der hatte einfach in der richtigen Zeit... Die pushen sich ja auch. Die... Die Taktik ist von diesem Pushen. Das heißt, die drücken Leertaste und drücken nochmal Leertaste. Dadurch verdoppelt sich die Geschwindigkeit von dem. Und dann verdoppelt sich die Geschwindigkeit von der verdoppelten Geschwindigkeit nochmal. Also, dass man unterm Strich eine verführfachte Geschwindigkeit hat. Verstanden? Oh, der Bombe... Oh, no! Oh! Ja, schrei... Schrei ruhig laut. Was war das, Fabian? Ich hab mich ein bisschen zu oft geteilt. Ich hab ein bisschen zu viel Leertaste. Nein, ganz dezent nicht, Fabian. Nein! Nein! Oh! 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 Wie geht das? Ich... Ich kleb hier... Oh, shit! Sorry, ich hab da gerade auf anderen Monitorer geguckt. Ich war da natürlich nicht... Neue optimale Spieleinstellungen wurden hier heruntergeladen. Echt? Crazy. Stuff. Was machst du da? Keine Ahnung, ich kriege so ein Nvidia-Popup. Invider, Nvidia, Invidonia, keine Ahnung, scheiß auf die Aussprache. Invidonia, sag ich da jetzt immer zu. Invidonia. Ein Envidonia-Grafik-Updata. Ich lasse dir für das auch ab. Naja, wisst du bestimmt. Alle haben ja denselben Grafiktreiber als von daher. Ist bei dir so ein Popup gewesen? Nein. Dann weiß ich auch nicht. Vielleicht haben sie ja doch unterschiedlich. Also hier kommen nie Popup. Ah, ich pop die Leiche auch ab. Ah ja, kann vielleicht daran liegen, dass du es ausgestellt hast. Die Benachrichtigung. Tschüss. Ja, hol ab. Was ist passiert, wenn ich hier gegen diese... Nix. Doch! Spaltung in Kügelchen! Ich dachte, du hast vorhin aus, weil du den TS geschlossen hattest. Nein, auf einmal stand da irgendwas mit Ich bin weg. Okay, bis Level 6 spiele ich noch und dann ist hier Ende im Geschichte. Nein! Reached Level 10? Reached Level 6, würde ich gerade sagen, das ist immer so verwirrend. Ja, und damit sage ich, ich bin fertig. Danke fürs Zuschauen. Im Hintergrund geht er gerade ran. Reached. Und, ähm, bist du auch gestorben, Fabian? Lebt noch. Lebst noch? Zieh zu, dass du stirbst. Ja, ich habe gerade so einen guten Lauf. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall keine gute Bewertung da und bitte auch keinen Kommentar, weil, ähm, ich meine, wer hinterlässt dich. Wir wollen ja Kochvideos machen. Wir wollen ja Kochvideos machen, ne? Daumen ab, Schneider, Johnny. Was wollt ihr haben? Ähm, Brokkoli-Auflauf. Ja, interessant. Ist vorgemerkt, ich versuche mal meine Kochkönster anzustrengen, dass ich das herkriege. Und vielleicht mal meine Spiegelreflexkamera zu überreden, in, äh, die Gefahrenzone-Küche zu treten, aber, ich glaube, das kriege ich nicht so einfach. Ja, ich meine, wenn... Dann müsst ihr aber erstmal ein Backrezept suchen, ne? Ein Backrezept. Genau, kann ich... Ein Backrezept für Brokkoli-Auflauf. Nice. Ja, wie schon gesagt, äh, danke schön fürs Zuschauen, danke, dass ihr es euch immer wieder reinzieht, diese Scheiße, und, ähm, ja. Ja, 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 vielleicht zieht's mir nicht. Ja, ja, du nicht, ne? Tschüss! Ja, ich... Tschüss! Tschüss! So, du kriegst auf Schnauze.